The Remarkables Adrenalin Hauptstadt in diesem Land Und ja, so sieht das hier aus Das schöne Skigebiet Außer Betrieb, wohlgemerkt seit mehr als einer Woche Bin ich also zu spät Hab mich aber nicht davon abbringen lassen Trotzdem hier mal hochzufahren Und wenn ich jetzt hier so stehe Da fällt mir doch glatt dieses eine berühmte Zitat Eines österreichischen Skikommentators ein Der unter anderem folgenden Satz mal brachte Die Zuschauer standen an den Hängen und pisten Ja, Edmund Stoiber würde sagen Erdenken sie darüber immer noch Servus Tja, da unten, da ist es nun Queenstown Die Adrenalin, die Abenteuerstadt Schlechthin hier in Neuseeland Da gelegen Vom Queenstown Hill aus gesehen Nicht der hier, sondern Das Ganze hier drumherum Auf den ich gerade Gewandert bin Tja, und da unten Und in der Umgebung kann man Ungefähr alles machen Was das Adrenalinherz begehrt Ein Albtraum Für den Geldbeutel Für den Geldbeutel Das war schön, oder? Teuer aber Leider geil Richtig Ich habe jetzt mal währenddessen auf Regen umgeschaltet Denn immer nur Sonne Ist ja auch nicht wirklich ansprechend Und Endlich kann ich auch mal meine Regenjacke hier präsentieren Es ist ein absolutes Träumchen Und weil ich gerade schon so einen unfassbar guten Lauf habe Moderiere ich jetzt an Meine Damen und Herren Nun sehen Sie die Highlights Der letzten Tage rund um Queenstown Präsentiert von Moment des Augenblicks TV Viel Spaß Und das war schön, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.